Oh ja, ist das Zitroneneistee oder? Wird ja richtig verwöhnt hier. Das ist mit Kirsche. Das ist unser Hauseigner. Aber wir hätten auch noch Zitrone, Pfirsich haben wir noch mit und ähm... Boah. Das ist eine Kirsche habe ich noch nie getrunken, muss ich mal probieren. Moment, hast du gerade nach Zitroneneistee gefragt? Zitroneneistee ist der Pfirsich? Oh nein, fang bitte nicht die Diskussion über Zitrone und Pfirsich-Eistee an. Zitroneneistee. 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 Zitroneneistee für sich. Zitroneneistee für sich. Zitroneneistee für sich. Aber während wir hier so stehen, kann ich euch direkt schon mal ne Kleinigkeit verteilen, weil ihr kriegt nämlich heute auch noch...